A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. What do we have all of our way? Well, I think yes. Okay, here are these little things we have not yet. This is just the way. And here is a small way. And here is a small way. What is that? Why is there a sign? Oh, yeah. The Höhle have we also already. I'm in the opinion, we are through. Also, we could theoretically look at this. Yeah. Gottgeflüster. Let's see. Good. Yeah. Where are we? We are here. We are here. Ah, we are in the Höhle. Oh. 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 Oh, that's a long way. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, mein Reisestempsorgen. Und... Na, Drache? Oh, siebenhundert Gold. Und... Was ist denn hier? Ich glaube, es kann kein Schmerz sein, wenn es das anzunehmen kann. Immer ein kloser Look. Ach hier. Bis es kommen Call 6. Herrschaft Ferry unterlaufend, die keine Umstände berührt. Okay, haben wir. Kommen wir weiter. Wo ist er? Da, lauf. Call ihn. Aber warum? Durchs Wasser. Sehr schön, kommen wir dann weiter. Ah. 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 I'll pick that up. We might have need a bit. Nicht getroffen? That was well thought. There's no one standing who might say otherwise. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. We mustn't allow ourselves to become complacent. Okay. We mustn't allow ourselves to become complacent. Okay. Okay. Dann laufen wir weiter. We mustn't allow ourselves to become complacent. A flawless execution. Mhm. Once more. Weiter. Das war's für heute. Das war ein wunderschöneres Wunderschöner. Hören wir's auch mal. Aber hier waren wir ja schon. Ja, warte. Ja, stehst du auch auf? Oder? Okay. Untersuchen? Was gibt's hier Schönes? Griffstein der Hügel, was heißt denn das? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Griffstein der Hügel. Okay. Wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus. Ich hab ja mal gesehen, ich wollte nur wissen. Männliche Vasallen von kleiner Statue. Achso. Gut. Gut. Ja, was ist denn wenig? Ich glaube, das ist wie eine Beziehung des Transportes. Es wäre interessant, zu sehen, wo es uns geht. Ich habe keine Lust. Spiel, was war das? Alles okay? Ja. Ja. Ja, könnte man so sagen. 2000 nehme ich gerne. Hier geht's wieder. Wenn die Beziehung nicht verhindert wird, dann kämpfe oder sterbe. Ach, wir wechseln mal ein bisschen immer für ein bisschen Nahkampf gehen konnte. Alles okay? Wollende es so geliehen würde. Ich bin Sidon, wenn euch das nicht verstanden ist. Oh, ja. Das stimmt. Ich bin hier. Wenn mich ja nicht mehr so leid. Jetzt ist es einfach nur ein Koniec. Ich helfe. Ich bin hier. Ich bin hier. Es geht. Was, Diebstahl? Okay, geh mal weiter. Ja, ich folge dir. Na, Großer? Die bleiben liegen, die spawnen nicht so schnell, Gott sei Dank. Naja, so schnell will ich auch nicht sagen, denn die spawnen schon ganz schön. Okay. 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 Ja komm Okay. Na, lass mich wohl los. Okay. Warte, die ist an sich selber drum. Wir haben keine Zeit. Ja, ich komme. Ich habe keine Zeit. Ist auch eine Höhle hinein. Ich muss trotzdem gucken. Wartet. Ist noch eine Suchermedalung. Achso, er läuft. Ich bin da, ich bin da. Keine Angst, ich bin da. Ja, ja, wir sind schon da. Das sah viel länger aus. Okay. Dann mal los. Wartet mal. War hier noch nicht noch einer, der uns mal angequatscht hat? War denn der? Ja. Hier irgendwo stand immer einer. Nicht er. Ja. Warte mal, können wir Sachen verbessern? Ich bin da draußen. Medusa-Granit-Knau. Ja, ich kann meine Sachen leider nicht weiter verbessern. kleine Tore aus. Dula-Granit-Knau. Dula-Granit. Klagener Kristall. Was hast du sonst so? Dadadadam, dadadam. Dadadam. Dadadam-Dula-Granit-Knau. Koboldmann, Regensturm, Hero Tord. Hier war irgendwie immer ein Händler, nicht er. Ja, ja. Hier war einer, der auch mal uns angequatscht hatte wegen irgendwas. Ich weiß nur nicht mal, was es war. Oh, got to keep moving. Oh. Ah ja, komm. Ja. Ich stecke eins in euren Schuhen, daher weiß ich wohl, wie ihr euch fühlt. Diese Welt steht am Abgrund und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie abstürzt. Es gibt daher einige Dinge, die ich gerne tun würde, solange es noch geht. Eines davon ist, mit euch einen Ausflug zu machen. Wollen wir uns ein paar Sehenswürdigkeiten ansehen gehen? Ja, komm. Ja, ja. Wo willst du denn hin? Mit deinen Ruppenbacken? Ossim, okay, jetzt sehe ich die Narben. So, es ist die Hauptquist. Wo will er hin? Äh, er will dahin nach, beim Mund. Gut. Das trifft sich gut. Er rennt jetzt natürlich wieder dahin, aber ich lasse ihn mal rennen. Nein, ich bin gerade am überlegen, wo wir hier einen Ochsenkahn haben. Gehe mir noch einen auf den Mund. Da waren wir schon lange nicht mehr. Gefühlt. Wo war denn hier ein Ochsenkahn? Ochsenkahn, Ochsenkahn. Nein, 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 nein. Ähm, wir sind so, da müssen wir noch links. Fahren wir mit dem Ochsenkahn. Bis Ruhestadt? Wo ist denn der Ochsenkahn? Kommt keiner? Wollen wir mich veralbern? Ach, der war kaputt, ne? So, dann schenken wir einen. Gut, ein Nicken. Dann können wir mal kurz auf den Mund. Hatsch, wie ein Nicken. Ich weiß nicht, wie ein Nissenfester ist. Ich weiß nicht. Wie ein Nissenfester ist. Alles klar. Dann sollst du dich mit dem Kopf sind. Ich bin vielleicht ein Nissenfester. Das ist das, was das. Alles klar, ist das. Das war so. Nichts. Aber wenn du nicht als Nissenfester will. Ich will nicht sonst, weil du nicht mehr so schnell wieder chair character bist. Ich weiß nicht, wie es ein Gartier ist. Nein, ich schlucke nicht vor Hölner Fallen. Okay, ich muss verwechseln. Okay, ich muss verwechseln. Irgendwo sind jetzt da noch Würfe. Da! Habt ihr ihn! Ja, die Zahlen sind sehr weit gekommen. Ich schlucke mal auf die Karte. Kommt gleich ein Lager. Ja. Schweißen Stein! Nein! Nein! Ja, kommen wir dann jetzt weiter. Ja? Habt ihr genug gespielt? Gut. Es liegt ein langer Weg vor uns. Genau. Das ist der Hintern. Ja. 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 Stimmt! Eigentlich jetzt ist Tag, dann könnten wir auch wieder hier so. Ja. Komm runter! Da halt so. Äh, nee, brauchen wir nicht. Ist ja jetzt Tag. Es haben nur einen, dass es einsam einen gibt hier. Und dann bin ich wieder auf dem richtigen Weg, ja. Ah ja, heimlich mal. Los, weiter. Ist hier irgendwas? Weiter. Nun, keine Möglichkeit vortäuscht. Ah, hier ist ein Riefstein. Ähm, ein. Sehr schön, haben wir den auch. Äh, wo ist der Weg, wo wir entlang müssen? Ja, ich wollte eigentlich gucken, ob es hier was gibt. Oh, hier gibt es nichts. Doch, hier. Äh, ist das ein Schrein? Wer ist drauf gekommen, ihn an einem solchen Ort zu errichten? Ich weiß es nicht. Dann, geht's mal weiter. Okay. Ich markier mir die Höhle dann wieder. Okay. Okay, Leonora. Hier ist das. Genix. So, Leonora? Okay. Dann setzen wir uns hier Wegpunkt Nummer 2 und wissen Bescheid. Aha, nächstes Mal, wenn man zurückkommt, gehen wir da hin, wenn wir ihn weggebracht haben. Jetzt würde ich aber gerne auf den Weg kommen. So, hier geht es weiter. Das wird wenigstens von Ruhrstadt ein. Okay. 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 Ich wollte eigentlich nicht die Waffe wechseln. Okay. 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 Du hast mich getroffen. Ich sehe nichts. Okay. 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 Oh, Sage des Siegers. Oh, Spiel. Das Spiel mag mich nicht. Das war jetzt so wert. So, wir haben was geschenkt gekriegt. Das ist doch immer schön. Schreibt benutzen, um Schlag des Rückhalts zu lernen. Auch für Hauptversalen. Kann ich nicht benutzen, weil ich keinen Krieger gemacht habe. Dann haben wir Pech. Weiter geht's. Hey, du. Warum hat die Medusa... Warum hat dich diese Finx eigentlich gesucht? Sehen wir die eigentlich nochmal wieder? Ich glaube nicht. Lust... Auf zum nächsten... Wagen. Kann man eigentlich mal beim Täusch da vorbeigehen? Entschuldigung. War der noch gleich? Hi, no. Welcome, Sir. Give me a liar. Then buy something and eat it. Kaufen. Ein Fährstall. Ach, eine Fälschung. Die Wahrheit für dich. Kleine Fährstallsplitter. Was ist das jetzt? Kaufen. Ja, ich habe zu sehen. Ich habe keinen Geld mehr. So. Versuchen wir noch mal unser Glück. Nach vermont, bitte. Ja, ja, hier. Mein Platz. Und einschnicken. Oh, wir können auch mal zu denen hingehen. Zu dem Ehepaar. Oh, das ist eine Idee, das mal auch nochmal. Mist, ich habe keinen. Den Gestalt. Ah, wenn wir da ankommen. Sorry, werde ich mal einen. Also Steiner hinstellen. Zu diesem Ehepaar. Der hatte ja auch was zu verkaufen. Mal sehen, was der für Sachen hatte. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Bin ich nicht eingenickt? Ach ja, das ist ja wieder so ein Bug. Er kommt mit den Ochsenkarren nicht klar. Er will zum Gasthaussternen fallen. Okay. Oh, ja. Was ist da der Stirn in der Vorderung? Was ist doch das da unten? Ja, schön. Ja, bitte. Die Welt ist gerade etwas kautisch, was? Ihr habt es selbst gesehen. Falls es euch zuvor entgangen ist, schätze ich, es ist an der Zeit, dass ihr euch fragt, was ihr dagegen unternehmen werdet. Ja, wieder ein faules Ei. Oh, mit dem Strass. Ach, du willst mich wieder... Ach, komm, lass mich in Ruhe jetzt. Jetzt sind wir erstmal in meinem Mund. Ich glaube, ich kann dich an der Person, in der Frage. Wir sind in deiner Hand, Herr. Sehr unabhängig. Nein, jetzt nicht. Ich muss mich wieder orientieren, wo mein Zuhause ist. Also... Mein Zuhause... How? Und? Ähm, wo ist denn mein, mein, oh, ich finde meinen Punkt nicht, wo ist mein Punkt? Okay, wir haben einen Drachen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Sonst noch was? Wo kannst du das, oder? Oh, wow. Oh, so geht weg. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ich bin ein Fernkämpfer, Mensch. Geht aus dem Weg. Geht aus dem Weg. Häh. Geht aus dem Weg. Hey, du Feigehund! Okay, das war's. Nein! Keine hier. Der Schisser. Naja. Okay, Stadt steht noch. Und... Ja, ja, ja. Mhm, mhm, mhm. Okay, ich wollte auch keine Ochserei. Ich wollte eigentlich mal eine Wohnung finden, aber... Weiß. Gut. Gut. Kommen wir erstmal lagern. Einlagern. Lager ist voll. Das behalten wir. Ach, wir suchen eine Medaille. Was ist das? Oh, die Lager ist voll. Okay. Okay. Oh, ist auch voll. Okay. Gut. Dann machen wir mal ein Schläfchen. Leonora. Grinzebacke. So. Schlafen wir zum Morgen. Ja. Wir haben gerade gegen Drachen gekämpft. Einen langen Fußmarsch auch gehabt. Jetzt haben wir die Wim, um den Tag vorzunehmen. Komm. Wir haben vieles, was wir mitbekommen haben. Bereit zu fordern? Es ist ein Raum, die fit für Repose. Die Wurzungen und Stressen des Tages seien, wenn wir hier zurückkommen. Das Spiel mag mich heute nicht. Ich weiss auch nicht, was los ist. Okay. Okay, okay, okay. Dann... Dann gehen wir doch... Schoppen. Wo sind wir hier? Ich kläre einfach mal rein. Nein. Gibt es nicht. War er da drinnen zum Klauen oder wie? Darf ich das verstehen? Den Klauen darf doch nur ich hier. Okay. Wir gucken mal, ob die Herrschaften... einen Reisestein oder so haben. Nein, du bringst mich nur nach Barthal. Genau. Ja, ich hab kein Geld. Was kann ich dir denn verkaufen? Zum Beispiel... Zum Beispiel... Oh, mein Bauch. Die Falle behalte ich immer noch. Ja, das hier. Sonst hab ich eigentlich... Was ist das denn? Schleide im Mund, weil diese Verhüllung ist für Beschwerer von Illusionen unerlässig. Ja, bitte, ja. Also... Ja. Finde ich nicht schön. Ja, Nora, hast du noch was? Was man abgeben könnte? Ihr habt... volles Bässtchenfleisch verkommen. Hab ich euch nicht leer gemacht. Okay. Wer von euch hatte hier einen? Du. Du, 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 du. Ich guck mal. Ich guck mal. Hi. Äh, verwissern? Was kann man mit dir noch machen? Versuchte Dula Hank noch. Oh, Sonnenstein. Oh, Sonnenstein. Du kommst wieder. Ja, 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 ja. Jetzt ist der besser. Von der Magie her. Ja, das, äh, ist ja schön. Kommt, einmal verbessern. Okay, was machen wir jetzt? Wie viele Steine haben wir denn? Vier. Ja. Okay. Ich hätte gerne noch so einen, so einen Kreisestein, den ich irgendwo hinsetzen könnte. Ich glaube nicht, dass er das hat. Naja, gut. Wo wollen wir denn hin? Ach, hier. Wir könnten mal schauen. Ja. Ja. Ja, ja. Der war Stern. Ja. Ja, ja. Der war Stern. Ja, ja. Der war Stern. Ja, ja. Ja, brauche ich ja nicht. Ähm, Schafabdickbomber. Der war auch nicht. Ja, da brauche ich gar nicht gucken. Ich wollte hier gucken. Nein, gibt nichts mehr. Ja, Nora. Und das alles brauchen wir nicht. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Dann verschwinden wir von hier. Oh. So, mal wirklich verschwinden. Ich habe das Gefühl, wir könnten nochmal kurz zu Hause vorbei. Nein. Nein. Even if it shouldn't. I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close. Ich suche meinen Wegpunkt. Das ist ganz komisch mit mir heute wieder. Okay, ist auch spät, aber trotzdem. Jetzt hätte sich etwas verändert so. Nein, ist keiner gekommen? Okay. Wir nehmen einen Reisestein. Okay. Okay. Wir nehmen etwas. Und zwar das. 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 Wenn es fein. Die nehmen wir auch mit. Sonst noch was? Was sind die? Ich warte, die sind Wildbörter. Ne, meine hat ja jetzt irgendwas anderes. Okay. Okay. Oh. Okay, wir haben drei. Das ist nicht viel. So viele Ringe. Ja, schauen wir mal, wie wir klarkommen. Wir müssen raus. Dann fangen wir an nach Bakbatal. Das haben wir ja hin. Zum Drachengespielen, das lohnt sich nicht. Unsere Sachen sind nicht voll bis oben gelevelt. Unser erstes Ziel kann ich euch sagen, ich würde gerne zu den Zwergen noch gehen. Zu dem Ehepaar meine ich. Oh Gott. Dir kann ich nichts verkaufen, ne? Jetzt geht es schon. Ich muss zu diesen. Okay. Ich möchte zu diesen... Ich bin wirklich ein Puschen. Das kann ich nicht passieren. Ich werde dich und schaffe dich. Redwalt! Du hast meine Schutz. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich kann nichts mehr tun, um zu den Arisen. Es ist gut. All creatures, die nötig sind, sterben zu Leben. Okay. Haben wir es dann bald? Haben wir es dann bald? Es ist ein Mechanismus für Warnung Freight. Und es sieht aus, dass es ein Significant ist. Können wir uns nicht davon auswählen? Das ist ein Mechanismus für Warnung Freight. Das ist ein Mechanismus für Warnung Freight. Okay. 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 Ganz alleine habe ich ihn gekillt. Hä hä hä. Ja. Ganz alleine. Wo wart ihr? Meine. 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 Meine Ossern. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oh Gott. Ich bin gestürzt. Hilfe. Ich bin gestürzt. Hilfe. Ich bin gestürzt. Hey. Spiel, sei doch mal brav. Standbild. Okay. Ah, I'll take that. We might find a use for it. The same foe, again! Prepare yourself! Hier ist ja wieder alles verseucht von denen. Karte. Ich laufe ja auch in die ganz falsche Richtung. Nee, nee, wir laufen schon richtig. Wir müssen also entlang. Ach, das wird so ein Gemetzel. Haben wir kein, kein... Das ist das Problem. Ich habe keine Steine hier. Weißt du was? Wir gehen zurück. Wir machen erst das Forschungslabor. Was ist für so ein ehrlicher, langer Weg los. Komm, führe mich. Machen wir das. Sonst wird der Part wieder irre lang und das wollte ich nicht heute. Ich habe nämlich nicht so viel Zeit. So ein bisschen was machen. Wieso verliere ich Ausdauer hier eigentlich? Und ich renne. Stellt wieder jemand vor meiner Tür? Ich komme, ich komme. Ja, 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 I follow you. I follow you. I follow me. Wer folgt wem jetzt? Ach, da ist er. So schön. Okay, wir sind da, ne? Da geht es hier runter. Ach so, da ist er. Da ist er. Ja, 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 bleibt ihr mal hier. So. Hallo. Hallo. Hi da. Gut. Gut. Oh, es ist schief. The result is even more sublime than I'd hoped. I must deliver it to Lord Facer at once. Though, mayhab. Now, I cannot leave this in your hands. I may not be fleet afoot, but only I can do this. Was ist das? von Moonglint Tower. Da wird deine Reise zu Ende kommen. Eine Art oder andere. Ja, ich bin jetzt... Okay. Platt. Kann ich das so ausrüsten? Ich glaube nicht, ne? Nö. It's not for me. Wo geh ich schon wieder hin? Ja, Oskar. So, hätten wir das. Ob es mir gefällt oder nicht. Das ist eine andere Sache. Aber ich bin hier im Tempel jetzt. Jetzt muss ich den richtigen Ausgang finden. Und zwar hier. Okay. Okay, ihr habt keine Ahnung mehr. Dann brauche ich euch auch nicht mehr. Aber jetzt gucken wir erst mal auf die Karte. Äh, Aufträge. Ja, der Wächter... Was? Okay. Ich reise mal schnell. Weil ich möchte noch so ein... Ein Ding ist da. Ich muss da holen. Hi. Ah. Nein. Abwehr, magische Abwehr. Ach, das interessiert mich nicht so. Ah. Ja, okay. Ähm, Gegenstand tauschen. Ich möchte nämlich gerne diesen haben. Und gehen wir mal noch einen Reisestand. Bring me what you mean. Then I bid you farewell. Ja. And safe travels. Okay. Ähm. Hä? Ach, ich habe so ein Ding gar nicht gekauft. Ich dachte, ich hätte was gekauft. Hat jemand von euch noch? Hat keiner mehr. Okay. Dann gehen wir mal raus. Ich will den Ausgang finden. Hier. Aber ich glaube, jetzt langsam geht es zum Ende zu. Riffstein des Andenkens. Riffstein des Andenkens. Was haben wir denn hier alles? Ja, alle, die ein bisschen unten sind, ne? Ola. Ula. Gale. Lady. Kekua. Auga. Geralt. Oh, Geralt. Ach, Geralt ist ein Magier geworden. Winter, Ace of Days, Chase. Wurde es neu gestaltet. Ne, ist keiner in meinem. Okay, ist keiner in meiner Stärke dabei. Wo sollen wir hin? Jetzt kommen wir da durch. Okay. Bis jetzt hatte ich Glück. Dass ich die Pest noch nicht bekommen habe. Gigantus. Sonnstein. Let's my magics grant you an elemental boom. I shan't allow any further harm to come to you. What has stricken you arisen? Mistfiecher, ich hasse euch. Noch mehr von den Fiechern. Wie viele? Ja. Ich binID. Ich bin nicht mehr. Ah gut, sehr gut. Ah, hofft ihr, ob ich jetzt keine Brücke? Äh, gab es hier ein Lager? Hä? Oh, wieso kann man hier hoch? Ah, pfff, mir wird ja schlecht bei dir. Gut, ihr Lieben, ich lagere jetzt mal hier. Und bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part. Ja, mal schauen, was uns da erwartet. Ob wir dem Drachen schon begegnen. Ob der Gigant aus den Meeren auftaucht. So wie im Trailer. Wer weiß. Bis dahin. Adios. Na, passiert noch was? Dann können wir in Ruhe schlafen? Sehr gut.